Kannst du mal die Nummer von Telltale raussuchen? Ich denke, die Weihnachtszeiger mit meiner Familie werden eine super Vorlage für ein blutiges Drama-Adventure. Was haben The Walking Dead, Game of Thrones und Minecraft gemeinsam? Sie dienen alle als Vorlage für ein Telltale-Adventure. Ihr hört ganz richtig, Entwickler Telltale Games hat wieder zugeschlagen und arbeitet an einem storybasierten Singleplayer-Game im Minecraft-Universum. Keine Ahnung, warum sich die Geschichte drehen soll, aber ich wette, es wird ein Blockbuster. Oder... Block... Block... Wie auch immer. Telltale hat eigentlich noch nie so richtig ins Klo gegriffen, also von mir aus können sie gerne weiter die Tentakel nach allem ausstrecken, was Rang und Namen hat. Wie wär's zum Beispiel mit FIFA? Die tragische Geschichte eines portugiesischen Rasenballsportlers, der seine letzte 2H-Gel verliert. Ich hole jetzt schon. Welche Telltale-Adaptionen würdet ihr gerne sehen? Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter im Kommentarbereich, klickt den Abo-Button, wenn ihr euch von da unten herumtreibt und dann nichts wie ein Weihnachtsurlaub. Wir machen's genauso und sehen euch am 5. Januar wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.